Hey, komm herzlichen Glückwunsch! Hi, ich bin Mr. Cuttervieh, euer Let's Play in das Kaninchen und mit dabei ist Leofair! Hallo! A tower who I am to do good! Meeresgrund! Hallo! Und Jessie! Ey! Und mit MTS ist noch der Freemaster, 1999! Guten Tag, ich ersetze jetzt nochmal Mesket! Mit dem Namen, der so 2000 ist, dass der schon fast ein Jahr dran ist, ne? Ja! Es ist schon so oldschool, dass es schon retro ist. Und wir feiern immer noch Märchens Geburtstag, das darf man nicht vergessen. Genau! Viel Glück zum Lichtgeburtstag, natürlich! Geburtstag! Geburtstag! Vor allem wenn die Folge rauskommt, ist es schon lang nicht mehr gekommen. Ist egal! Es muss eigentlich heute rauskommen. Heute ist Meeresgrund zwölf Jahre alt geworden. Endlich darf sie alleine... Eine Waffe kaufen in den USA! Ruhe, Achtung! Jetzt fliegt sie sofort in die USA, ohne zu beklare. So ein bisschen ab zwölf. Beschränkt geschäftsfähig, oder? Wobei in Amerika, das ist ja auch schon Feuer. Es gibt ja My First Rifle. Sehr geil! Du bist neuerweise defotestiert! Ehhhhh... Ehhhhh... Ja! Dafür, 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 dass.. Dafür, dass wir in der letzten... Dafür, dass wir in der letzten... ...dafu... ...und du bist da rein... Ja! Ich heile nicht! Wen soll ich heilen? Ich heile nicht! Ich bin als Geburtstagskind, ich werde geheilt! Genau, genau, so ist es richtig Freakmas, naja! Ihr könnt mich auch tragen! Ja bitte, komm mal her! Komm! Leider kann Arachne zum Beispiel ordentlich Leute aussuchen. Arachne kann ich tragen. So awesome! Did you play Freya before? No. No. He's awesome. We will love her. So awesome. Yeah! Nehmt das, ihr Mädels! Hopp hopp! Hopp hopp! Hopp hopp! Fuckin' Spider. Ja, sie hat jetzt ihre Dings gefailt, ne? Ja, den Pull hat sie ja nicht mehr, ich find's ein bisschen schade. Ne, noch hat sie ihn. Noch, noch, jetzt! Heute hat sie ihn noch. Der Patch ist noch nicht raus. Der Patch wird morgen. Das ist so sicher wie das Abend. Eigentlich weiß ich, was sie selbst anbinden. Ob sie ohnehin darf. Hehehehe. Sie patchen irgendwann in der Art. In der Art. Ich muss dann wieder... Sie patchen. 50 Stunden. Superb damage. Aber du w- Will- 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 Do- Beautiful flourish. Mamiiii! Ich bin so dreifach tot. Zu viele Ulsterremer. Nein. Dreifach tot. Ja. Weil einmal nicht genug. Ja. Mir hat einer unter, mir hat einer unter ein Video geschrieben, dass, dass man eigenes Au-Quang-Voice-Over immer noch der Beste ist. Das stimmt aber auch. Autsch. Autsch. Ich bin wieder da. Das musst du dann immer reinschneiden, wenn du irgendwas... Das mach ich auch. Neu- New Au Au-Quang-Voice-Pack. Hehehehe. Was verkaufst du dann? Was verkaufst du dann? Was verkaufst du dann? Was selber einfügen? Heil Mensch. Ist gerade jemand angedatcht so stark, dass es meine Ult sich lohnt? Nein. Ich mache zur Zeit fröhliche 138 Schaden. Nein. Ich geh kurz weinen. Ich scheine mal... Tu das. Es scheint mir so, als wäre Leo Isis. Nein. Nö. Nein. Warum? Irgendwie nicht. Welche Ult heilt dann? Das ist keine Heil-Ult. Das ist eine Schadens-Ult und er macht nur 180 Schaden. Die Lusche. Ja. Ach, muss. Oh! Was war das denn? Oh ja, der hat mich angeschischt. Da wollte ich mich rück-schischen. Deswegen schadst du in die Gegner? Ja. Wollte ich dem auch ein Herz draufsetzen. Ja. Das war intelligent. Haun Land, Beutling. Weißt du, nur weil du Geburtstag hast. Da hab ich mir alles erlauben. Richtig. Wenn du Geburtstag hast, darfst du nicht gleich scheiße spielen. Das ist, das ist Anarchie Get On Tag ist das hier bei uns. Ja, ich darf. Ge-Geburtstag, Geburtstag gleich asozialen Tag. Ge-Geburtstag, Geburtstag gleich asozialen Tag. Das ist so schön, ey. Wir müssen mal irgendwas töten vielleicht, weißt du? Kann doch nicht sein, dass wir hier nichts mehr töten können. Katafie. Töten ist sowas von 1972. Mann! Töten ist ja sowas von 1933. Oh, ich hab' alle meine Kinder. Oh, Leo, nein. So gut. Das hast du jetzt nicht. Ja komm, wer komm. Oh, das hast du jetzt. Ja. 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 Ich hätt' doch sagen, dass... Guck mal, der will mich schon wieder. Ich führ' den auch mal anschlichen. Töten ist ja sowas von 30-jähriger Krieg, so. Hahahaha. Ah, ich bin schlecht. Tüppel-Ult. Tüppel-Ult, nehmt das, ihr Schlümpfe! Oh, das sind die... Oh, schade. Nach einer Sekunde später und da werden einige abgekratzt. Ja. Aber so, Leo, war's eigentlich... So war's einfach nur Scheiße, ja. Ja. Mal wieder. Ja. Es tut mir leid, es tut mir leid, dass ich menschliche Schwächen habe. Ich werde sie mir mit dem Teppich besser austreiben, ist das in Ordnung. Ja, mach' ich auch. Ja, genau, geh' zu den anderen! Geh' zu den anderen Menschen! Geh' zu den anderen Menschen! Ja, nice, nice! Ja, nice, nice! Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells! Wo du gerade Jingle Bells ansprichst, ich bin hehl's! Rup up! Rup up! Rup up, ihr Arschlüsse! Ja, wir sind doch da! Danke, dass du uns mit deiner... Danke, dass du uns in den Tod reißt! Hahaha. Ich krieg' sogar Heiler. Ja, upsie, sorry. Wir geben eins, ne? Hahaha. Mus-mus-mus-mus-mus-bekommen! Das ist alles, was ich heute ausgebe. Hahaha. Achtung, hier! Hui, danke! Wieso bei 10 Minutes könnt ihr ja surrendern? Einfach so, dass die Gegner mal eine Chance haben. Mal eine Chance! So, ich möchte wissen, was passiert, wenn man Hehl mit Fire Giant und nochmal extra Damage passen geht. Schlampe! Nice Escape! Echt! Das ist ein richtig Epic Escape gewesen. Ganz fettes Kratz, ey, das war Styli. Ja, das ist halt Skill, weißt du? Das ist halt Scylla! Nee, Scylla, Scylla ist ganz dauernd. Naaah! It's a, it's a, it's a me! Wario! Hehehehe! Mesket Heart, behind you here! Mesket Heart! No! 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 Like a boss! Er lässt sich nicht verarschen! Hehehehe! Forward, my creation! Ihr bist jetzt immer weggenommen in der Kopf! Da bleib ich nicht drin! No! An ally has been slain! My heart! My heart will glow on! Ha, ha, ha! Wieso boi uns, die sich anleucht? Oh, Harry! Thank you, Ich! Dum 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 dum! Minions! 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 Unified hearts, genau! Let's go down, my children! Er ist nur ne Frage bis, ähm, Ich sehe ihre Einsen, ich habe die gesehen gerade. Da sind sie. Ich habe gerade festgestellt, wenn du Hail mit Fire Giant und Damage Buffs spielst, und den beiden kaufbaren Damage Buffs one-hitst du mit deiner 3 alles. Ja, das kann durchaus sein, ja. Ja, das habe ich gerade getestet. Geht voran, ihr Kreaturen. Ich bezweifle, dass du ein Life um mir one-hit hast. Also, ich one-hitze gerade den Ra ständig. Ja, Ra ist aber jetzt auch kein Life in mir, das ist ein kleiner Unterschied. Vielleicht nach 4.500 Leben. Ja, jetzt stell ich mich so an. Meine. Dann musst du euch meine Eier aufreißen. Alter, der Binderschmeiß. Mal kurz dieses nutzlose Gespräch da im Hintergrund unterbrennen. Leo! Ja! Ich will meine Cordleine schlampen! Go, go, go! Ja, Fun-Times! Ja, Fun-Times! Mama! Kann ich mich ja retten hier so ein bisschen? Du widerlicher, kleiner, liebenswürdiger, knuffiger Cherub! grasp Klein Z Fucking מה Jane Ich will jetzt weg mit dem Turm. Mettchen Wurzer ach Jude Die Cupid's High lässt sich leider nicht toppen. Tut mir leid. Hatsch! Hatsch! Ich mein! Ich habe mir das erste Mal den Fire-Dry-Hand-Buff durchgelesen. Ah, mein. Verkackt! Alter, sag Bescheid bevor du so eine Aktion machst! Sehr viel zu antworten. Das war sehr spontanisch. Sagen wir es so. Ah, es fühlt dich immer trotzdem gut an. Drei Minions hätten. Äh? Oh, sind die low? Darf ich? Darf ich rein? Ja, Minions. Ja, geh ran. Ich hörte sie alle. Oh, oh. Schön gemacht. Mama. Fuck nicht. Oh, Jessie, sorry. Ich habe ein bisschen weit weggeworfen. Ich muss den. Okay, jetzt ist ne Frage der Ehre. Happy Birthday und so. Ja, und Miracle. Ja. Miracle zählt wie drei Kills. Hier. Ich will was mal doppelt. Gut, immer mehr. Warum denn auch nicht? Ist das Inflation? Miracle zählt irgendwann, wenn man am Ende irgendwie... Momentan haben wir D-Flatz hier. Falls ihr die Wirtschaft nicht macht. Ja. Wir haben D-Flatz. Ich könnte ein bisschen an Russland liegen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Nee, es liegt nicht an Russland liegen an dem... Na, es ist egal. Nee, klappt zum Nicht-Geburtstag. Hier. Herzchen. Eigentlich will ich langsamer zurückgehen. Ich hab 5K. Ich hab 6K. Ich bin besser als du. Wir sollten uns verpissen auf jeden Fall. Oh. Ja. Für mich groß. Einmal darf sich auch Alex im Leben groß fühlen. Das ist Alex. Alex. Ja, verdammt, Alex ist gar nicht da. Ja. Alex ist so. Nee, weil Alex hatte da gestern so tolle Zitate gebracht, die man unbedingt damit hätte verbinden können, aber... Nimm mal ganz kurz. Hattet ihr das Gefühl, dass das von Anfang an nicht total anders aussah? Und jetzt pushen wir die hier in ihren Phoenix in richtig und machen die richtig kaputt? Ja. Richtig rein charge? Ja, mach das mal. Diesmal mit Ansage. Okay. Ansage. Ansage. Das ist wie... Sag hallo. Hallo. I just came to say hallo. Herzchen. Oh mein Gott, sie gibt wieder Herzchen aus. Herzchen. Ja. Schön gemacht. Du, du Stein. Nein, ich nicht Stein. Ich spiele so gerne Nuba. Warum kann ich die länger spielen als immer so 10 Sekunden? 10 Minuten, ne? Ja. Oh. Das hat sie richtig verfehlt. Nimm das, halt! Nimm das! Das ist so gut. Ey, das sieht voll aus! Ha! 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 Ja! 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 Verdammt! Nein, da bin ich ja noch gestorben! Okay. Wir haben ihn aber grad doch bekommen damit! Wie geil ist das denn? Ja! Vielen Dank fürs Zuschauen! Ejo! Ciao, ciao! Tschüss! Tschüss!